Blutgericht in Texas Vergessen Sie alle Horrorfilme, die Sie bisher gesehen haben. Dies ist der Horror-Höhepunkt der Filmgeschichte. Der Film, bei dem Sie schon nach 20 Minuten wünschen werden, er möge zu Ende gehen. Tobe Hoopers weltberühmter Horror-Trip. Blutgericht in Texas Das kalte Grauen greift nach Ihren Nerven. Dies ist der Film Sally, ich höre was, stopp! Den Sie genauso echt Genauso nah Genauso erschreckend erleben werden Sie sind verrückt! Sagen Sie dem, dass Sie aufhören sollen! Als ob Sie dabei wären Bitte helfen Sie mir bitte! Auch wenn einer überleben sollte, wie kann er weiterleben? Nachdem Sie Ihren Schock überwunden haben Werden Sie über diesen Film sprechen nicht wahrnehmen? Na die Stadt zu 33 Minuten Allein Schock überwunden haben Laplastung Wie kann er in den Film spot aufhören? Aufhören Sie sich Und aufhören Sie zu aufhören Sie sich aufhören Sie